So, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die Playstation 4, wo wir heute den zweiten Teil des Irodori-Festes zelebrieren werden, nachdem wir im letzten Part auf Inazuma schon mal willkommen hießen, Albedo, Klee und Venti. Tja, jetzt muss ich bloß noch ein bisschen abwarten, bis die Texturen wieder nachladen. Und ja, dann müssen wir gleich erstmal wieder einen kleinen Uhrzeitwechsel vollführen. So, fünf Tage ist er, sagt das Ganze noch da. Warte bis zum nächsten Morgen, 8 bis 10 Uhr. Dann müssen wir als nächstes vom Hafen von Rito erstmal SingQ abholen. Weil er wird natürlich der nächste Gast hier sein. Aussehen gilt es, der Sack immer noch, den Verbleib... ...der neuen Bücher hier an Rito zu klären, die gestohlen wurden. Naja, das wird das so oder so. Früher oder später erfahren. Hi there! Ja, das war schon mal. Ja, in fact we have. Ich bin Xu von Feiyun Commerce Guild. Aboard this ship we have calligraphers, painters, und even players of Theater Mechanicus. The inventor of Theater Mechanicus previously came to the Feiyun Commerce Guild seeking investment. Although the guild manager was not interested, Master still wanted to support them. We heard that they'd be demonstrating the game and letting people try Theater Mechanicus at the Iridori Festival. So the guild manager instructed Master and I to take the opportunity to come to Inazuma and investigate the product's potential. Oh! Speaking of which, where's the young Master? Ah, well, uh, Master, he's, uh... Whoa! Singcho's just sitting there! Sound asleep! Oh, uh, uh, it's the traveler in Paimon. I presume you are guests in Inazuma as well? It seems fate has destined our paths to cross once again. Oh, we aren't actually guests. We're actually guides for the Iridori Festival. Ich habe das Gefühl, dass du ein bisschen aus den Fugen geraten bist. Oh, please, no need to worry. I was... a little too caught up in a novel on the voyage here. When I finally realized what time it was, the first rays of dawn were already peeking over the horizon. Ah, yes, now that we've arrived, the Conjo Commission will likely wish to inspect our invitation letter. Let's keep it in hand, shall we? Huh? That's odd. Eh, was? There was a piece of paper underneath my bag. Strange. I don't recall, I saw it there before. Oh, let's take a look! So, Farbenprachter 5 Kasen. Aoi no Okina. Als jung war, glänzte ich im Bakufo, aber im Alter bewundere ich die Schatten der Kiefern im Mondlicht auf dem Innenhof. Ich wollte kein Ungehorsam begehren, aber mein Leben war nun einmal bedroht. Ich hatte es eilig, das alte Gedicht zu finden und versteckte die Reste des Manuskripts voller Angst in meinen Armen. Ich kenne den Grund dafür nicht, es liegt alles an den befremdenen Geheimgästen. Ich erinnere mich noch immer an dieses Gedicht und an Akihito, sodass ich weiß, wie traurig es ist, verbannt zu werden. Oh! There's no doubt about it. It's from the same series as the story we found before! Even the handwriting looks exactly the same! The story you found before? Oh, yeah! In the warehouse, down by the... The poem hunt competition! Yeah, that's it! A friend of ours is on retail to paint portraits of the five Kassen. You know, as part of the Iridory Festival. Poetic stories about the five Kassen have been hidden in various places nearby. If you can find one of the stories and give it to this friend of ours, Then there's a chance you'll become the model for the next portrait. Wait a moment. So you mean that? Paimon, das war eine schlechte Geschichte. Hey, it's hard coming up with stuff on the spot like that. There is a chance of meeting Kelks in person? Uh, huh? Oh, uh, yeah. You could say that. Really? That's wonderful. I knew that Kelks would attend the Irodori Festival, but convincing my father to let me come to Inazuma was proving to be quite the high hurdle. I had to really wrap my mind to come up with the excuse of evaluating the investment value of Theater Mechanicus. Just a few days later, word then came that Kelks would be busy painting portraits of the five Kasen during the festival. It is a most rare opportunity for both Kelks and I to be in Inazuma together, but it seemed he would be too busy with the portraits to meet with me. So, I felt quite disappointed for some time now. Don't worry, Xingqiu. Even though Kelks has work to do, he still has time to see friends. We can take you to see him right now. Also, we heard that Kelks did illustrations for your A Legend of Sword novel. Huh, so you've already heard. To be honest, my works have drawn little interest in Riyue. However, the novels are selling quite well in Inazuma with the help of Kelks' beautiful illustrations. Kelks is not only a skilled artist, but he also carries out his craft with great alacrity. I heard that it took him merely a few hours to finish the illustrations for the latest chapter. But when I looked at the art, the brushwork did not even look the slightest bit rushed. His work is truly exquisite. Oh my, I was beginning to get carried away there. Let us depart. Quickly now. Tja, da wird der Sachs sicherlich nicht alles glatt gehen, was die blauen Blumen hinterlassen haben. Der zweite Akt des Festivals. Und nicht zu vergessen, den zweiten Zettel. Über die Farbenpracht der fünf Kasen. Das Ganze kann beim besten Willen kein Zufall sein, dass ausgerettet jetzt... ...diese Zettel wieder auftauchen. So, und wo genau müssen wir jetzt hier hin? Ah ja, hier. Zu Albedo. Traveller, Paimon. How are you? And who is this accompanying you? You must be Kelks. It's a great pleasure to finally meet you. I am the author of a legend of sword, Jen... Forgive me. It's rude of me to introduce myself by my pen name when meeting in person. Please, call me Xingqiu. And you may call me Albedo then. No, no. That would be most improper. Why not? Seeing as we're both friends of the traveler, it'd be more convenient for us to use our real names. Besides, we've already corresponded with each other many times before. In fact, I feel a bit self-conscious, seeing you act so politely. It's not just you, Albedo. We haven't seen Xingqiu act this awkward before either. Wieder was gelernt. Ahem. You guys. It's certainly not good taste for you two to be teasing me like that. Oh, by the way. We happen to find a story from the poem hunt competition at the docks. I heard that you are collecting them. Hm? Poem hunt? You know, that thing, where we have to find pieces of paper with stories of the five Kassen? Ähm, then he found one and then he was allowed to be a model for one of your portraits. Heh 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 heh. Huh? Oh, yes, that's right. Du zeigst Albedo dem von Xingqiu gefundenen Zettel. We understand the story now. Thank you. It's very helpful. Splendid. Though, I'm still piecing together the story myself. Would you kindly explain it to me in more detail? If all of you are free, why don't we discuss this over a meal? Uh, well, about that. Do you have other plans, Xingqiu? No, no, not at all. Speaking of dining, Shimura's Unagi Chasuke is quite delicious. Would you like to go there? Shimura's? Uh, unfortunately, today is a bit windy. How about Uyu Restaurant instead? That's perfectly fine with me. But, I must first unpack my luggage. Let's meet later at Uyu Restaurant. Hmm. Something didn't quite add up just now. Huh? No way! Paimon thinks we acted well together. Uh, uh, do we say something we weren't supposed to? Uh, no, Paimon, I'm not referring to us. Traveler, what are your thoughts? Tja, Chengqiu ist mir ein wenig suspekt heut. Huh? Xingqiu is suspicious? Hey, what are you two talking about? Paimon, you read the poem, right? Although it may seem confusing to Xingqiu on its own. What if you read it together with the previous poem we found? Read them together? Hmm, let's see. Suiko lost Aoi no Okina's poem in a drunken stupor. So, Aoi no Okina recovered the poem and gave it to some mysterious person. Huh? Wait a minute. Could today's story be hinting that the one who stole the latest copies of A Legend of Sword is Xingqiu himself? No way! That can't be right! Xingqiu only arrived in Inazuma this morning! And that is precisely the point of suspicion. If Xingqiu had only just arrived in Inazuma, how could he recommend Shimura's Chazuke? Moreover, he didn't raise any questions when I suggested another place because of the windy weather. This means he knows that Shimura's is an open-air restaurant. Hmm. Are you saying that Xingqiu has already been in Inazuma for some time, and that he's only pretending he just arrived? Yes, that is indeed my conclusion. But how could Xingqiu be the book thief? His mission is to fight for justice, isn't it? There's no way he'd do something against his own ideals! Calm down, Paimon. Even though this is the first time I've met Xingqiu in person, we've communicated via letters for some time now. I do have some understanding of his character. I think there must be some deeper motive at play here. The story also tells us that Aoi no Okina flees with a poem because of a threat. Oh? Could Xingqiu be in danger? It's difficult to say at this point. But given that Wiyu restaurant is indoors, it'll be easy for us to detect anyone following or eavesdropping on us. I think it should be safe for us to talk there. I'll be relying on your assistance to get to the bottom of this matter. Okay, verstanden. Good. Then let's go to the Uiyu restaurant. Das ist jetzt nun wirklich ein ziemlich weiter Weg. Also da muss ja auf alle Fälle Xingqiu auf jeden Fall schon mal hier gewesen sein. Ja, du, da muss ja auf jeden Fall jetzt er это pipes. Da muss ja auf jeden Fall ab fluvere. Ja. Doe mal hier. Ja, es ist inboxig. L acha aus. Gute mal hier. No. tid β Ich sehe nicht jemanden, wie vor der Zeit. Es ist klar für den Moment. Lass uns rein und warten für Xingqiu. Ja, dann lass uns mal ein paar Plätze suchen. Das ganze Ding macht Paimon ein bisschen nervös. Was machen wir? Und was sprechen wir, wenn Xingqiu hierher kommt? Erstens müssen wir sagen, ob Xingqiu bereits in Inazuma oder nicht. Wenn wir die Beweise finden, dass wir ihn uns verlieben können, dann können wir es als Leverage benutzen, um ihn zu erzählen, uns die Wahrheit zu erzählen. Seitdem wir ihn noch warten, dann gehen wir mal mit anderen Gaststunden im Restaurant und schauen, ob ihr was für ein Beispiel gelernt könnt. Also, hey, wenn wir das hier machen müssen, na gut. Also gut, wer will denn jetzt hier bequatscht werden? Frag ein Geschäft nach Informationen. Eins von drei. Mit Albedo anzufangen wäre er sagt Schwachsinn. Fangen wir mal mit Yuta an. Das letzte Phase des Irradori Festival ist, wenn sie die all-neuigen Publikations veröffentlicht. Das ist das, was ich wirklich erwartete, ist The Legend of Sword. Das stimmt. A Signed 1st Edition wird ziemlich viel collectible werden. Ich muss mich auf eine Kopie haben. Ich habe gesehen, Janyu's Signature, bevor. Sein Handwriting ist super-neet. Er muss wirklich diligent sein, über seine Style. Er wird dort in person auf der Reihe, also wir sehen uns dann. Ich höre, dass er eigentlich ziemlich jung ist. Warte einen Moment. Habt ihr das einfach gehört? Nicht nur wird Shinchou die Novels auf der Reihe, aber seine Handwriting ist super-neet. Okay, daraus schließe ich, er sagt, dass wir schon mal seine Handschrift gesehen haben. Und ich mich daran jetzt nicht erinnern kann. Da muss seine Handschrift eigentlich sehr krakelig gewesen sein. Ja. 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 Oder er hat sich dabei, er sagt, schon mal verraten, weil es war ja schlecht Wetter gewesen. So, wenn der Peak von Mount Yogo endlich in der Distanz kam, als wir die Isländer der Inazuma entdeckten, hat jeder die Dekke geschlossen, um sich zu sehen. Aber das Schiff hat mit einem schlauenden Rennstieg geflogen. Es hat einen ganzen Tag, von der Zeit, als wir den Mountain Peak gesehen haben, zu der Zeit, als wir beruhig waren. Paimon hat noch nichts so glücklich gefangen. Oh, richtig! Wenn es einen ganzen Tag dauerte, um die Dekke zu erreichen, dann würde es riecht, wenn sie den Top der Mountain gesehen haben. Wir lernen ein paar Dinge aus seinem Account, aber wir brauchen immer mehr Evidenz. Lass uns über die Novels kreieren mit Xingqiu. Äh, reden wir über die Illustration... Wart mal. Es lohnt sich, aber lass uns noch mehr Beweis haben und uns noch einmal mit Xingqiu über kreatives Schreiben unterhalten. Reden wir über eigene Romane. Während es ein bisschen Spaß machte, um die Novels zu schreiben, zu schreiben, ist es ein Endeavor von selbst. Du musst dir die große Meinung nach in jeder Detail, von der Leitung des Plot, zu der Rhythm des Lines. Und selbst wenn du mit interessantes Konten kommst, gibt es noch keine Garantie, dass es zu deinem Liegen sein wird. Ich kann nicht mehr auf das Wort reagieren. Ob es ein Buch schreibt, Kunst oder Alchemie studiert, kann man nicht wirklich viel Freude fühlen, wenn du wirklich in die Arbeit gehst. Xingqiu und Albedo sind jetzt in ein paar tiefen Themen, aber nichts überrascht ist. Okay, dann reden wir halt über die Illustration von Albedo. Speaking of illustrations, Albedo, I've long wished to express my sincerest gratitude for providing the illustrations in my novel. My novel didn't sell well in Liyue, so I must admit that I had some reservations regarding its potential. Yet you've consistently managed to select the most important scene of the chapter for your illustrations. This made me feel as though what I was trying to express could be understood after all! Danke, aber ich habe einige Risiken in den Illustrations genommen, also fühle ich mich selbst etwas unnürziger fühle. Licht-Novel-Illustrations sind typisch auf den Charakteren, aber dieses Mal habe ich eine andere Art in der Illustration für den letzten Kapitel adoptiert. Well, that scene was intended to depict the change in the world, so I thought it very fitting to draw only scenery. Doesn't sound like anything suspicious has come up so far. No, there was a crack in his alibi. My illustrations were sent for printing the moment they arrived in Inazuma. So, logically speaking, there's no way he could possibly know what the illustrations look like. Äh, Xingqiu, wir haben jetzt etwas sehr wichtiges zu fragen. Oh? Warum lügst du uns an? Also, Xingqiu, warum lügst du uns an? Du bist schon seit längerer Zeit hier in Inazuma. Wieso? Huh? Ich bin Angst, dass ich nicht folge. Mr. Okazaki told us earlier that actually the weather at sea was very bad these last few days. So when you said that everyone came running to the deck to see Mount Yogo, that couldn't have happened! On top of that, the latest installment of A Legend of Sword will only be revealed at the Irodori Festival. Even we, the creators, haven't received a sample copy. If that's the case, how could you know what my illustrations look like? Uh, uh, well... The jig's up, Xingqiu. You were already in Inazuma before today, weren't you? Are you in some kind of danger but can't tell us the truth? Don't worry! The Traveler and Albedo are no pushovers! We can help you! No, no! Please! You misunderstand me! I suppose my lack of sleep is inevitably taking its toll on my mind. I didn't notice for a moment that you were testing me at all. I did in fact come to Inazuma early to handle some things. Let me consider how to explain this. Oh, this is most embarrassing. Well, if this isn't a coincidence, I didn't expect to see everyone here. Huh? Tom Defbard, what are you doing here? I heard that the owner of this establishment has some fine aged wines. I didn't want to miss the opportunity to taste them. Hmm. I knew you couldn't possibly be up to anything good. Says who? In fact, I come as the bearer of good tidings. I just bumped into Kujo Sara a moment ago. She said that the Tenryo Commission has apprehended the criminal who stole all those copies of A Legend of Sword. You needn't worry about it any longer. Huh? The criminal who stole... A Legend of Sword? Uh, did I say something I shouldn't have? Oh, no. The person they apprehended. Was it by chance an editor named Onodera? Apologies. Kujo Sara didn't mention a name. But I saw her taking someone towards Hanamizaka. Everyone, it's too late to explain. We must make haste and rescue Onodera. Okay, Onodera war, glaube ich, er sagt auch der leitende Angestellte von, äh, von der Veröffentlichung des Buches. Hm. Ja, ja, diese Aufgabe hat ja, ja, Miko ihm übertragen. Und dass er sowieso ein bisschen sich verdächtig verhielt im letzten Part, war ja, er sagt, ziemlich offensichtlich gewesen, als er um das Buch ging. Wir wussten zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass das Buch gestohlen wurde aus dem Lagerhaus in Rito, aber... Wir wussten auf alle Fälle, dass da irgendwas... ...faul war. Aber wenn er sagt, Zinkyu darüber Bescheid weiß, dass Onodera die Bücher entwendet hat. Aber weshalb? Waren die Illustrationen etwa so schlecht gewesen, oder das Buch, er sagt, nicht so... ...wie Zinkyu es haben wollte? Oder steckt dahinter noch irgendwas komplett anderes? Wovon wir jetzt noch nichts ahnen können. Die Wahrheit wird sie auf jeden Fall, auf jeden Fall bald scha... äh, bald zeigen. Wovon... Oh, so you must be the author of A Legend of Sword. I didn't expect to see others tagging along with you. Anyway, you mustn't take him away. I can explain everything. No need to worry, Zhenye. I've just explained everything to Madame Kujo, and Kuroda has testified for me. Yes. In fact, we were just getting ready to leave. Oh, whew. What a relief. Hmm. Wait a minute. Does everyone else here already know? Heh. Well, to be precise, we had dispatched two additional squads here. In order to prevent the suspect from escaping. Uh... Shenzhou looks pretty flustered. What exactly is going on here? Yeah. Yeah, wahrscheinlich hat das etwas mit Unterschriften zu tun. Denn, wir können uns zwar nicht mehr daran erinnern, ob wir schon irgendwann mal eine Unterschrift von Zinkyu gesehen haben. Aber die Leute aus dem Restaurant haben ja seine Unterschrift als sehr schön beschrieben. Und das kann beim besten wenn er nicht so gewesen sein. Ahem. Though it's most embarrassing. It appears quite a few people are aware of the situation now. There's no use keeping it a secret. In the end, I'm the one responsible for this whole predicament. No, Zhenyu. It's only appropriate that I take responsibility for this. Everyone, please let me explain. With the Iridori Festival, I recommended the idea of selling newly released novels signed by the authors. Not only was this the first major project I was in charge of since joining the Yai Publishing House, but Lady Yai also gave me a lot of support. However, I did not discuss our plans with the authors in advance. As a result, it caused a great deal of trouble for Zhenyu. Yes, to be frank, calligraphy is not my strong point. So signing events are really not my forte. Even though such an event will be difficult for Zhenyu, after telling him how important the plans were to me, he immediately boarded a ship to Inazuma to come up with a solution. So these past few days, Zhenyu has been actively practicing his handwriting. However, it takes time to sign each book, and we realized the time we reserved for the signing was not nearly enough. So I came up with the idea of moving the new books from the warehouse to my place. That way, Zhenyu could use these few days to sign them all. I thought everything would work out without a hitch. I never expected that someone would immediately realize that the books were missing from the warehouse. To make things worse, I was on vacation and staying with Zhenyu in my house these past few days. I had no idea that the situation had turned into such a huge mess. All of this happened because I wanted to prove myself through this event. Onodera, I agreed to your proposal because I didn't want the readers to know of my unsightly handwriting. Also, I knew that Onodera had been misled by one of my prior signatures. At a previous event, the Yai Publishing House had requested autographs of authors so that they could be put on display. I practiced tirelessly for an entire day to finally deliver a stylish and elegant signature for the event. But looking back on it now, I had dug myself into a hole by delivering that nice signature for the sake of my pride. Hey, come on you two, loosen up a little. The theft was nothing more than a simple misunderstanding. Besides, everyone has something they do not wish others to see. Yeah, that's right. All that matters is that Xingqiu and his books are okay. Onodera, I think you should explain the truth regarding the stolen books to the rest of the people on Rito. Yes, I understand. I'll apologize to everyone. We should probably be heading back to Rito as well. Let's talk along. Yo, in one moment we are already there. One Teleport. And then we are going to get the next portrait. ... ... ... ... ... ... natürlich jetzt der Sack auch um einige schneller ging als der Sack mit dem letzten Part. Aber hey, so ist der Sack gut, so kommen wir sehr schnell mit der Story durch und dann hätten wir, der Sack, noch Zeit für andere Sachen. Höchstwahrscheinlich. Den Redakteuren wurde die Situation erklärt. Das ist richtig. Wir sind ein Team und wir sollten uns in schwierigen Situationen helfen. Let's leave the past behind us. Our first priority is to help Zhenyu with his signatures. How is your progress so far? My progress is not what I had hoped for. Even after working through the night these past few days, I've only finished perhaps one tenth of the signatures. Oh, no wonder Shincho looks so sleepy today. I understand. Ja, Herr Hiriyama. 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 Gut. Ja, Herr Hiriyama. Das war alles? Ja, Herr Hiriyama. 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 Tja, wer weiß das schon. Das wird sicherlich erst im letzten Akt offenbaren. Oh, hallo. Mr. Storywriter? Are you here? Uh, could you please help Xingqiu with something? He's a friend of ours and the release of his new book is super important to him. Oh, what's that sound? Da war auf jeden Fall jemand da. Hehe, it was just a cat. Looks like we can't make them reveal themselves that easily. Vielleicht. Es ist aber auch die Katze. Getarnt. Es wird kalt jetzt. Well, let's go back and get some rest. We still have to go to the docks and wait for another ship tomorrow. Oder wir erfahren jetzt, wer die geheimnisvolle Person ist. Okay, das sagt uns der Sack rein gar nichts. Eine Person, die er sagt Schuhe und eine Hose an hat. Was die blauen Blumen hinterlassen haben, dieser Auftrag ist dann abgeschlossen. Tja, sehr nett. Sehen wir uns das Bild nochmal. Theater der Vorrichtung? Nein, das wollte er Sack jetzt nicht sehen. Ich wollte das Bild, der er sagt, nochmal kurz mir ansehen. Aber sehr interessant. Alle Bilder scheinen, er sagt, im Nachhinein miteinander zu tun zu haben. Ich bringe wirklich die Knights von Favonius mit dir nächste Mal. Ja, als nächstes kommt nach grün, blau, grün und blau, rot. Hm. Es ist eigentlich jetzt da sowieso ja bloß noch zwei Akte. Wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Wahre Begebenheiten des Lila Gartens, dritter Akt. Ein neues Gemälde im blassen Rot. Und dann, er sagt, der schwarz gefärbte Palast. Tja, das ist jetzt, er sagt, auch ziemlich interessant. Tja, ziemlich interessant. Ich denke mal, wir schreiten mal voran mit der nächsten Geschichte. Was interessiert mich, er sagt wirklich ziemlich gerne, wie eigentlich die Person an die Geschichte der 5 Kasen eigentlich herangekommen ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.